Der Bitcoin ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht wirklich sonderlich volatil, zumindest noch nicht zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Aber was würdest du sagen, wenn ich dir ein Projekt vorstellen würde, was dir risikofreie Renditen einbringt? Alles, was du dafür tun musst, ist einfach nur dein Kapital in einen Smart Contract reinschicken. Nur ich kann diesen Smart Contract kontrollieren und ich kann dir versprechen, nächstes Jahr im Februar ungefähr bekommst du dein Geld auch mit saftigen Renditen wieder. Würdest du dein Geld einzahlen? Höchstwahrscheinlich nicht. Auf der anderen Seite gibt es mehr als 500 Millionen US-Dollar, die in den letzten Tagen in ein solches Projekt reingeflossen sind. Was es damit auf sich hat, damit beschäftigen wir uns unter anderem im heutigen Video. Des Weiteren werfen wir einen Blick auf den Hex-Gründer Richard Hart und auch noch einmal auf den ehemaligen Binance-CEO ZZ. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Markt-Update. Hallo und herzlich willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und ich hoffe, ihr hattet bisher schon eine entspannte Woche. Momentan geht im Markt ja nicht ganz so viel ab, deshalb sprechen wir auch heute nicht über die Kurse. Die legen mich ja sowieso mal rein, sobald das Video hochgeladen ist, geht es in die andere Richtung. Aber im heutigen Video beschäftigen wir uns vor allem mit einem Krypto-Projekt, welches gerade komplett durch die Decke geht und es bricht wirklich alle Rekorde. Auf der anderen Seite sollte man das Ganze meiner Meinung nach skeptisch betrachten. Doch an dieser Stelle, Freunde, wir reden gar nicht lange um den heißen Brei. Ihr wisst es, falls euch das heutige Video gefällt, dann könnt ihr mich natürlich gerne unterstützen, indem ihr das Video bewertet. Auch falls es euch nicht gefällt, lasst einfach einen Daumen nach unten da, ist auch vollkommen in Ordnung. Gerne kannst du diesen Kanal kostenfrei abonnieren, um in Zukunft keine Videos mehr zu verfassen. Jetzt springen wir allerdings mal wirklich auf die ersten Folien, die sich erstmal mit dem Binance-Chef ZZ befassen. Dieser wollte nämlich gegen Kaution aus dem Gefängnis raus. Und das Ganze wurde ihm ja auch erlaubt. Ich hatte letzte Woche bereits darüber berichtet, er hat hier eine Kautionsanleihe rausgegeben im Wert von 175 Millionen US-Dollar, hat zudem 50 Millionen Dollar Strafe zahlen müssen und durfte dafür aus dem Gefängnis raus, beziehungsweise musste eben nicht in ein US-Gefängnis. Auf der anderen Seite kann er allerdings dennoch nicht nach Hause, denn sein Zuhause sowie auch seine Familie ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und wie Reuters berichtet, fordert die US-amerikanische Staatsanwaltschaft, dass ZZ aufgrund, ich zitiere, inakzeptablen Risikos der Flucht und des Nichterscheins in den USA bleiben muss. Das heißt, er darf nicht nach Hause, er darf nicht in die Vereinigten Arabischen Emirate. Er muss zwar nicht im Knast sitzen in den USA, darf das Land allerdings eben auch nicht verlassen. Hierbei gibt es momentan eine rege Diskussion zwischen den Anwälten und der Staatsanwaltschaft. Ein Richter hatte jetzt betont, dass ZZ in den USA bleiben muss. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich für immer in Stein gemeißelt ist, beziehungsweise bis zu den Verhandlungen im Februar 2024. Ich denke, hier gibt es immer wieder Konfrontationen, denn das ist natürlich, muss man auch sagen, ein bisschen frech. Auf der einen Seite kann ich die US-Behörden verstehen, dass die Angst davor haben, dass ZZ einfach durchzieht, denn die Vereinigten Arabischen Emirate haben kein Auslieferungsabkommen. Auf der anderen Seite hat er jetzt hier eine Kaution von 175 Millionen US-Dollar auf den Tisch gelegt, 50 Millionen US-Dollar Strafe gezahlt, Binance zahlt 4,3 Milliarden US-Dollar und trotzdem darf er nicht zu seiner Familie. Schreibt mir eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Dabei sind die Forderungen, beziehungsweise die Anschuldigungen der US-Behörden natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Es geht um Geldwäsche, Finanzierung von illegalen Aktivitäten. Ich will das Wort jetzt nicht sagen, sonst wird das Video wieder komplett geflaggt. Es geht um Überweisungsbetrug und im Allgemeinen viele Betrügereien im Bankensystem. Binance-Chef ZZ oder der ehemalige Chef hat sich dann dazu bereit erklärt, auszusagen und sich für schuldig zu erklären und dafür eben den Kompromiss gefunden, dass ihm eigentlich bis zu 10 Jahre Haft drohen. Aufgrund der Verhandlungen könnte das allerdings möglicherweise auch auf 18 Monate oder darunter reduziert werden. Diese Verhandlungen stehen allerdings erst im Februar des nächsten Jahres aus. Dabei gibt es momentan auch viele rege Diskussionen darüber, was überhaupt alles schiefgelaufen ist. Denn ja, es gab die Klagen gegen Binance US und gegen ZZ, doch viele dieser Punkte sind eben noch gar nicht richtig bewiesen. Es handelt sich eben um Anschuldigung und nicht um einen abgeschlossenen Fall. Das Wall Street Journal berichtete beispielsweise jetzt, dass die SEC aktuell extreme Anstrengungen untersucht beziehungsweise Anstrengungen bestrebt, um herauszufinden, ob Binance US möglicherweise eine selber Hintertür hatte, wie auch FTX damals. FTX hat ja die Kundengelder auf der anderen Seite rüber zu Alameda geschoben. Alameda das Geld dann verzorgt. Laut dem Wall Street Journal untersucht die SEC, ob Binance US etwas Ähnliches gemacht hatte. Momentan gibt es allerdings, das muss man ganz klar dazu sagen, keine Beweise. So betonte beispielsweise der Binance US-Anwalt auf der anderen Seite, dass hierbei durch die Klage die Kosten für die Plattform explodieren, während auf der anderen Seite die Vermögenswerte von Binance US um fast 90% eingebrochen sind. Auch das Kundenvolumen bzw. die Anzahl der Kunden auf der Plattform Binance US sind um weit über 50% zurückgegangen. Natürlich aufgrund der Klagen und des aktuellen Bärenmarktes. Viele Bewegungen sehen wir hier. Dabei kann man natürlich jetzt sagen, ja, er muss in den Knast und nein, er muss nicht in den Knast. Blieblablub, am Ende des Tages darf man eine Sache nicht vergessen und zwar die Sonderbehandlung, die auf der anderen Seite beispielsweise Leute von JP Morgan bekommen haben. Das Ganze kritisierte beispielsweise auch Arthur Hayes. Er selber wurde ja vor wenigen Jahren in den USA angezeigt und daneben auch im vergangenen Jahr für schuldig befunden. Er war der damalige CEO von Bitmax. Im ausführlichen Video über Binance habe ich bereits über ihn berichtet. Er sagte beispielsweise, im Vergleich zu anderen Strafen, die gegen große traditionelle Finanzinstitute verhängt werden, seien die verhängten Strafen gegen Binance und Zizet absurd und unterstreichen die Willkür der Strafe durch den Staat. Hayes hatte zudem auch noch andere frühere Fälle mit in den Kontext gebracht, um das Ganze hier so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Der damalige CEO von Goldman Sachs half nämlich dem ehemaligen malaysischen Premierminister, mehr als 10 Milliarden US-Dollar zu stehlen. Dieser Fall wurde dann im Jahr 2015 aufgedeckt und im Jahr 2020, also fünf Jahre später, eindigte man sich dann auf eine Geldstrafe von 2,9 Milliarden US-Dollar, wo vorher allerdings 10 Milliarden US-Dollar nachweislich gestohlen wurden. Der damalige Verantwortliche wurde infolgedessen nicht einmal weiter verklagt und darf auch aktuell immer noch ganz normal handeln. Bei Zizet gibt es hier massive Einschränkungen, denen er jetzt unterliegt. Hayes selber ist natürlich an dieser Stelle auch kein Unbekannter für die Strafverfolgungsbehörden in den USA. Im Februar 2022 bekannte er sich des Verstoßes gegen das Bankengeheimnis für schuldig, weil er es versäumt hatte, ähnlich wie der Binance-Chef Zizet in Bezug auf Binance, damals ein Programm zur Bekämpfung von Geldwäsche umzusetzen. Bei Hayes war es damals die Plattform Bitmax, bei Zizet offensichtlich Binance. An dieser Stelle gibt es auf jeden Fall einige Parallelen, doch es ist immer wieder krass zu sehen, wie hier tatsächlich die Strafen im traditionellen Finanzsystem sind und wie dann auch im Kryptemarkt und wie das teilweise auch überhaupt nicht zusammenpasst. Auf der anderen Seite muss man sagen, dafür hat sich dieser Fall eben jetzt echt schnell geklärt. Die Anklage kam zu Beginn des Jahres, jetzt ist man quasi schon durch. Natürlich, es gibt noch Verhandlungen und so, aber man hat sich jetzt schon auf das Strafmaß geeinigt. Im Falle von Goldman Sachs hat sich das über fünf Jahre hinweg gestreckt und natürlich auch einige Dollars an Anwaltskosten mit Sicherheit verschlungen. Wo das Geld nicht verschlungen wird und man es nicht zum Fenster rausschmeißt, das ist in der neuen Layer 2 Blockchain von Ethereum namens Blast oder Blazed oder wie auch immer man das aussprechen möchte. Blast ist hierbei ein neues Ethereum Layer 2 Netzwerk, welches schneller, günstiger und einfacher sein soll. Ihr könnt euch das so vorstellen wie Albitrum, wie Polygon Matic, wie Optimism, die ganzen Layer 2 Protokolle, die vor allem auch während des Bärenmarktes jetzt an den Start gebracht wurden. Die neue Layer 2 Blockchain Blast wurde von Pac-Man gegründet. Er heißt mit bürgerlichen Namen Three Sun Roquery oder wie auch immer dieser Name ausgesprochen wird. Er steckt beispielsweise auch hinter dem großen NFT Marktplatz Blur und das Projekt ist hierbei von sehr, sehr großen VCs und Kapitalgebern unterstützt. Unter anderem gab es 20 Millionen US-Dollar Startkapital von Paradigms, Stranded Crypto, Eagle Capital, Primitive Ventures und weiteren Investoren. Das Projekt wurde quasi mehr oder weniger an den Start gebracht. Zumindest haben sie schon mal eine Webseite aufgebaut und eben bereits zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mehr als 572 Millionen US-Dollar eingesammelt. Keine Sorge, wir sprechen gleich noch, worum es hierbei geht. Doch erstmal zum kurzen krassen Wachstum. Blast ist damit die schnellst wachsende Blockchain überhaupt. Innerhalb von 5 Tagen haben sie ihr Total Value Locked auf 500 Millionen US-Dollar hochschrauben können. Das ist dreimal schneller als bei Albatron. Albatron brauchte dafür 13 Tage und das war schon ein riesiger Meilenstein. Blast hat es jetzt geschafft in 5 Tagen 500 Millionen US-Dollar einzusammeln, was wirklich keine geringen Summen sind. Wie machen sie das? Es gibt hierbei extrem interessante Programme. Blast bietet beispielsweise, und das ist schon mal das erste Statement, native Zinsen für ETH und Stablecoins. Das heißt, wenn du dort eben beispielsweise ETH einzahlst, dann bekommst du fest 4% Zinsen. Dasselbe gibt es dann auch in Bezug auf Stablecoins. Diese werden automatisch umgewandelt, 5% Renditen, die dann an dich quasi ausgeschüttet werden. Also du zahlst quasi ETH oder Stablecoins ein und bekommst dann 4% oder 5% Rendite. Das Interessante ist, diese Rendite ist komplett risikofrei. So wird es zumindest beworben und das ist schon mal die erste große Red Flag. Wenn euch irgendetwas, wenn euch irgendeine Rendite als risikofrei angeboten wird oder verkauft wird, dann seid vorsichtig. Selbst wenn diese Rendite nur 4 oder 5% sind, risikofrei ist in diesem Space gar nichts. Ich hatte ja eben schon gesagt, gerade bei Stablecoins gibt es 5% Rendite. Diese werden über das MakerDAO-Protokoll erwirtschaftet. Maker hat einen eigenen Stablecoin namens DAI. Hierbei handelt es sich um einen dezentralen Stablecoin, zumindest nach eigenen Angaben. Faktisch ist dieser Stablecoin nicht wirklich dezentral, denn unter anderem werden Staatsanleihen mit den Kundeneinlagen gekauft. Also der Stablecoin hat natürlich Kapital, welches dahinter liegt und dieses Kapital wird genutzt, um Staatsanleihen zu kaufen. Diese zahlen eine feste Rendite und die Rendite wird dann eben an die Investoren weitergegeben, aktuell knapp 5%. Dadurch, dass die Zinsen in den USA so hoch sind, sind auch viele von diesen Protokollen extrem rentabel. Das MakerDAO-Protokoll, wenn man jetzt nur auf die Renditen schaut, ist aktuell profitabler als zu den Höchstständen des vergangenen Bullruns. Also hier wird wirklich richtig viel Geld umgesetzt. Dabei muss man natürlich auch dazu sagen, viel Kapital kommt eben jetzt über die Layer-2-Blockchain-Blast, was am Ende des Tages dann natürlich dazu führt, dass MakerDAO über mehr Kapital verfügt, mehr Staatsanleihen kaufen kann und somit natürlich auch mehr Gebühren bzw. Revenue rausgeben kann. Relativ logisch und bis dahin auch noch absolut verständlich. Es gibt allerdings einige, ja doch schon eine größere Red Flags und ich weiß, einige von euch werden jetzt wieder sagen, Du bist ein alter Vater, du musst also nicht Vater von wegen, dass ich ein Vater bin, sondern dass ich Angst und Schrecken verbreite. Das möchte ich mit diesem Video auf gar keinen Fall machen. Ich möchte nur aufklären, denn was ich gerade eben erzähle, da klingt noch alles sehr schön. Doch was ich jetzt ein bisschen aufdecken möchte, ist vielleicht nicht ganz so schön, denn es gibt eben einige Red Flags, neben dem, dass sie eine risikofreie Rendite versprechen. So handelt es sich bei der Layer-2-Blockchain um eine Blockchain, die noch nicht existiert. Das Produkt ist noch gar nicht live und soll erst im nächsten Jahr, im Februar, an den Start gehen. Dann sollen eben auch die Auszahlungen wieder ermöglicht werden, denn das Kapital, die Benutzergelder, die jetzt reinfließen, die sind in einem Smart Contract gelockt. Dieser Smart Contract soll eben erst ab Februar 2024 geöffnet werden, dann, wenn die Layer-2-Blockchain auch an den Start geht. Das heißt, man investiert in ein Projekt, welches zum aktuellen Zeitpunkt, muss man ganz ehrlich sagen, noch gar nicht existiert. Wie gesagt, das Kapital wird hier auf einem Smart Contract bzw. in einer Wallet gespeichert bzw. gesammelt. Diese wird von fünf anonymen Multisignatur-Wallets kontrolliert. Wie funktionieren diese Wallets? Eigentlich relativ simpel. Du hast ja beispielsweise zu Hause einen Ledger, also eine Hardware-Wallet, nur jetzt mal als Beispiel. Und wenn du eine Transaktion von dieser Hardware-Wallet schicken möchtest, dann schließt du das Ding an deinem Handy oder an einem PC an, kannst dann eine Transaktion vorgeben, über die Hardware-Wallet bestätigen und dann geht die Transaktion durch. In diesem Fall haben wir jetzt fünf anonyme Multisignatur-Wallets, die es braucht, um eben eine Transaktion durchzusetzen. Beziehungsweise, um genau zu sein, braucht es nur drei Signaturen. Faktisch, das Prinzip dahinter ist allerdings relativ einfach. Ich habe ein Team aus fünf Leuten. Ich bin einer dieser fünf Leute. Wir alle haben quasi unsere Hardware-Wallet, die einen Zugriff auf eben diese Multisignatur-Wallet hat. Dann möchte ich, dass eine Transaktion von dieser Multisignatur-Wallet rausgegeben wird. In diesem Fall haben wir allerdings drei von fünf Bestätigungen, die es braucht. Das heißt, ich sowie auch zwei Kollegen von mir müssen diese Transaktion mit unserer Hardware-Wallet signieren, damit diese auch freigegeben wird. Das ist jetzt nur, um es euch bildlich zu erklären. Faktisch braucht man auf jeden Fall mindestens drei Leute, damit eben auf diese Wallet zugegriffen werden kann. Warum macht man das? Relativ simpel. Sollte ich gehackt werden, sollte bei mir jemand einbrechen und mich jemand bedrohen und an meine Hardware-Wallet kommen, dann kann ich zwar diese Transaktion vorgeben, es müsste allerdings gleichzeitig auch noch bei zumindest zwei anderen Kollegen von mir eingebrochen werden und genau dasselbe gemacht werden, damit eine solche Transaktion auch wirklich freigegeben wird. Also prinzipiell handelt es sich hierbei auf jeden Fall um ein gutes Konzept, weil man dadurch eben eine erhöhte Sicherheit hat. Und in der Vergangenheit gab es immer wieder Fälle, wo es eben keine vernünftige Multisignatur gab und dann Angriffe auf solche Protokoll durchgeführt wurden, weil der Angreifer eben an beispielsweise mehrere Hardware-Wallets kam beziehungsweise eben die Private Keys herausgefunden hat. Über die Multisignatur-Wallet sprechen wir gleich noch einmal. Kommen wir einmal ganz kurz zu dem Einladungs- und Einzahlungssystem. Denn ja, es gibt ein Einladungssystem, wo man mit Punkten belohnt wird. Das heißt, du kannst dich dort registrieren und ein Konto quasi erstellen und kannst auch gleichzeitig Freunde von dir anwerben. Du bekommst dann Early Access, Bonis sowie auch fette Airdrops. Also es gibt schon auf jeden Fall einen Anreiz, sich hier anzumelden und sogar Freunde mit reinzuziehen. Dabei sehen wir, dass die Layer-2-Blockchain aktuell noch gar nicht existiert. Es gibt keine Dokumente und auch kein offizielles Testnet. Du zahlst jetzt deine ETH ein und kannst sie angeblich im Februar 2024 samt Renditen wieder auszahlen. Im Grunde handelt es sich hierbei um eine Art Multi-Level-Marketing-Pyramide. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Schneeballsystem ist, aber du kannst eben ETH einzahlen und je mehr du einzahlst, desto mehr Punkte bekommst du, desto größer sind eben auch dann später deine Airdrop-Renditen. Je mehr Freunde du einnächst, desto mehr Punkte kriegst du obendrauf. Und wenn du und deine Freunde gemeinsam 20 ETH insgesamt einzahlen, dann gibt es einen noch fetteren Bonus und du erhältst einen persönlichen Einladungscode, womit du dann noch mehr Freunde anwerben kannst. Für Leute wie mich, die auf YouTube so ein paar Videos machen, ist das natürlich im Prinzip richtig gut. Denn ich konnte euch jetzt natürlich sagen, Freunde, hier gibt es ein neues Produkt, so ein geiles Produkt. Haut eure Kohle da rein und dort gibt es risikofreie Rendite. Das Ganze ist sogar von Paradigmen unterstützt, das kann nur legit sein. Und dann könntet ihr euch über Mining registrieren und ich würde richtig fette Provisionen absahnen und wahrscheinlich einen richtig dicken Airdrop im nächsten Jahr erhalten, wenn das Ganze denn legit ist. Und genau das ist eben die große Frage. Blast hat zudem natürlich auch einige Punkte aufgelistet, warum sie andere Blockchains übertönen beziehungsweise warum sie schneller sind als andere Layer-2-Lösungen. Wie gesagt, ohne dass sie selber bisher diese Layer-2-Solution überhaupt richtig vorgestellt haben. Interessant ist übrigens auch bei diesem Airdrop, dass nicht nur die Investoren, die jetzt gerade schon dabei sind, eine Hälfte des Airdrops bekommen. 50% des Airdrops gehen nämlich tatsächlich an die Entwickler beziehungsweise an das Team des Projektes. Und in der Vergangenheit gab es schon sehr oft Projekte dieser Art, die dann eben kurz vor dem Launch, also gegen Februar oder Januar, dann gehackt wurden und auf einmal wurden diese Gelder ausgezahlt. Denn was wir aktuell haben, ist quasi so eine Einbahnstraße. Das Geld wird alles in diesem Contract gesammelt und wenn dieser angegriffen wird oder exploitet wird, dann kann es eben dazu kommen, dass das Geld dort abgezogen wird und wir eben die Pappnase aufhaben. Also wir, die in diesem Fall dann möglicherweise investiert haben. Und das Ganze ist leider auch nicht so unrealistisch. So habe ich mich mal ein bisschen auf die Suche gemacht und mal so ein bisschen geschaut, wer jetzt hinter diesen Signaturen steht, also welche fünf Leute hier einen Zugriff auf den Smart Contract haben. Es stellte sich heraus, wie eben schon angesprochen, dass man nur drei von fünf Leuten beziehungsweise Bestätigungen braucht, um eben eine gültige Transaktion durchzuführen. Wenn man sich jetzt diese Adressen etwas genauer anschaut, dann sieht man, dass vier von fünf Adressen von derselben Wallet finanziert wurden. Das heißt, hier gibt es definitiv direkte Zusammenhänge und es könnte auch sehr gut sein, dass ich mir zu Hause einfach nur von meiner privaten Hardware Wallet 20 Dollar in ETH an diese, 20 an diese, 20 an diese, 20 an diese Wallet übertragen habe. Dann habe ich hier vier Ledger liegen oder vier Hardware Wallets und habe eben bei einem Stimmrecht von 3 zu 5 bereits schon eben die Übermacht und könnte eben auch als einzelne Person hier auf die Blockchain zugreifen. Im Prinzip sollte das natürlich nicht so sein. Wer allerdings die anderen Keys hier hat, das weiß man eben nicht. Es könnte natürlich auch sein, dass ich der Gründer des Projektes bin und all diese vier Hardware Wallets finanziere und sie dann an meine Kollegen rausgebe. Das muss man auch dazu sagen. Es ist nicht unbedingt Scam, aber man sollte im besten Fall eben nicht vertrauen, sondern verifizieren. Und das ist eben aktuell relativ schwierig, weil das Projekt noch relativ undurchsichtig ist. Dabei gibt es jetzt sogar einige Diskussionen zwischen dem Seed-Investor Paradiggen beziehungsweise der Risikokapitalfirma und dem Projekt selber. Paradiggen kritisierte nämlich beispielsweise die Protokoll-Marketing-Strategie von Blast und behauptet, dass das Start-up sowohl beim Messaging als auch bei der Ausführung die Grenzen überschritten hat, also in Bezug auf das Marketing. Freunde werden Freunde, du kriegst noch mehr Bonis, komm rein, wir machen das alles gemeinsam und ich muss hier auf 20 ETH kommen, damit ich noch mehr fette Bonis kriege. Paradiggen hat zudem auch Kontakt mit Blast aufgenommen und zwar hinsichtlich dieser Bedenken und betonte, dass es immer noch viele Meinungsverschiedenheiten zwischen den Unternehmen gäbe. Paradiggen ist hierbei natürlich ein Crypto-VC, welches über extrem viel Kapital verfügt. Ja, sie haben 20 Millionen investiert, aber sie investieren eben in viele Projekte und wie genau sie diese Projekte vorher unter die Lupe nehmen, bleibt halt auch so ein bisschen fraglich. Dennoch betonte Paradiggen natürlich trotz dieser Kritik, die sie selber auch geäußert haben, dass das Team von Blast aus Weltklasse-Konstrukteuren bestehen würde, die eben in der Vergangenheit bereits schon nachweislich in der Lage gewesen sind, großartige Projekte zu bauen, unter anderem beispielsweise die NFT-Plattform Blur. Da spricht auch überhaupt nichts gegen. Dennoch ist die Governance-Struktur extrem unklar, genauso wie eben auch die Rolle von Paradiggen im Entscheidungsprozess des Startups. Natürlich, wenn du hier in ein Startup investierst, dann hast du auch eine Entscheidungsmacht. Allerdings weiß man eben momentan nicht, was Paradiggen hier wirklich für einen Einfluss hat, wenn sie sogar öffentlich über Twitter hier Kritik gegen das Projekt äußern, in welches sie selber investiert haben. Also das Ganze ist auf jeden Fall schwierig, wie gesagt. Also alleine der Fakt, dass hier Renditen versprochen werden, finde ich fraglich. Es ist komplett nachvollziehbar. Es sind keine übertriebenen Renditen. Das Ganze kann auch komplett legit sein. Ich finde es auf jeden Fall crazy, dass hier eine halbe Milliarde US-Dollar innerhalb von fünf Tagen gesammelt wurden und die Investitionen gehen auch aktuell noch weiter. Diese Kritik, die ich hier geäußert habe, kommt auch nicht nur von mir, sondern von sehr, sehr vielen aus der Szene. Denn wir haben eben kein laufendes Produkt. Wir haben etwas wie ein Honeypot, wo das ganze Geld nur gelagert wird und am Ende des Tages weiß man nicht, ob irgendwas überhaupt daraus wird. Ich meine, ich habe gerade in den letzten Tagen darüber gesprochen, dass von Justin Sun zwei Börsen sowie auch ein DeFi-Protokoll gehackt wurden. Bei Justin Sun gab es vier Hackerangriffe innerhalb von zwei Monaten und bei Blast braucht es eben nur ein Hackerangriff, um das ganze Protokoll leer zu lutschen, wenn eben ein Angreifer Zugriff auf das Protokoll haben sollte. Also ich finde das Ganze schwierig vor allem, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, man kann das Ganze natürlich jetzt ausnutzen, um eben die Airdrops zu farmen, aber zu welchem Preis ist die große Frage. Natürlich, Airdrops zu handen ist im Kryptomarkt auf jeden Fall allgegenwärtig. Viele sind hier am Airdrop handen. Ich kann mich noch damals erinnern, als ich war gerade im Zoo und auf einmal schreibt mir mein Kollege, jo, es gab von Juni Swap einen Airdrop. Gucke ich auf mein Handy, habe ich 1.000 Euro Airdrop erhalten. Ich wusste nicht mal, was ein Airdrop ist, zuvor gefühlt. Ich meine, das ist noch relativ wenig im Vergleich zu dem, was andere Kollegen von mir bekommen haben. Der ENS Airdrop, also von dem Ethereum Name Service, hat einem Kollegen von mir damals über 100.000 Dollar eingebracht. Und das sind natürlich fette Summen für Sachen oder für Dinge, wo man nicht viel leisten muss. Und das ist eben so ein bisschen FOMO, was hier erzeugt wird. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht, was später dieser Token überhaupt groß machen soll. Natürlich, es wird dann wieder gesagt, du hast Mitbestimmungsrecht, bla bla bla. Aber was dieser Token wirklich leistet, ist halt am Ende des Tages die große Frage. Zudem haben wir eben nicht nachweislich eine gute funktionierende Blockchain. Und man muss mal ganz ehrlich sagen, ja, okay, der Airdrop ist vielleicht ein Argument zu investieren oder dann kann ich die Leute verstehen, weil ich dieses FOMO-Gefühl nachvollziehen kann. Aber für eine Rendite von 4 oder 5 Prozent, sorry. Da kann man auch direkt selber in das Lido-Protokoll investieren oder eben selber direkt bei Micadao investieren. Dafür brauche ich nicht auf eine Layer-2-Blockchain zurückgreifen, die zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht einmal existiert. Ich weiß, jetzt werden einige Leute wieder sagen, du machst nur Fahrt. Denn die Leute, die mich dafür kritisieren, haut gerne euer ganzes Kapital rein. Ich hinterfrage nur gerne Sachen im Kryptomarkt, vor allem, ja, risikofreie Renditen. Also sorry, sowas kannst du im heutigen Kryptomarktumfeld nicht mehr sagen. Damit konntest du vielleicht die Leute vor 3, 4 Jahren noch übers Ohr hauen, aber heute sowas zu behaupten, schwierig. Denn man muss natürlich auch sagen, was ist risikofrei? Gar nichts, vor allem nicht im Kryptomarkt. Aber dazu würde mich eure Meinung definitiv interessieren. An dieser Stelle kommen wir noch ganz kurz auf eine Nachricht zu sprechen, die in den letzten Tagen wieder die Runde macht. Und zwar geht aus neuesten Gerichtsunterlagen jetzt hervor, dass Richard Hart, der Gründer von Hacks, nicht auffindbar ist. Er wurde von der SEC nämlich vor einigen Monaten angeklagt und soll rund eine Milliarde US-Dollar von Anlegern veruntreut haben. Beziehungsweise hat er damals den Hacks-Token rausgebracht, viel Geld eingesammelt und am Ende des Tages angeblich mit dem Geld, ja, einfach sich ein schönes Leben finanziert haben. Angeblich wohnte er in Helsinki und wurde eben von der SEC über die dortigen Behörden informiert. Er äußerte sich allerdings nicht und reagierte auch nicht. Deshalb wurde der Gerichtstermin beispielsweise jetzt auch auf dem 30. Januar 2024 verschoben. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man davon ausgehen könnte, dass der Hacks-Gründer Richard Hart irgendwie das Geld der Investoren genutzt haben könnte, um sich davon ein schönes Leben zu finanzieren. Ne, Freunde, an dieser Stelle sind wir mal ganz ehrlich. Ich habe in der Vergangenheit schon mal über Richard Hart gesprochen und es gibt einige sehr große Fans der Hacks-Blockchain oder des Hacks-Tokens und der Pulse-Chain, die hier im Hintergrund ist. Aber sorry, was der Typ hier leistet, was der Typ für Bilder postet, mit wie viel Kohle er flext, das ist doch, also ich als Investor würde mich an dieser Stelle spätestens komplett verarscht fühlen, wenn hier ein Typ ist, der mit irgendwelchen Uhren flext, die hunderttausende Dollars wert sind, mit irgendeinem Schmuck, welches, ja, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ihr kennt diese ganzen Marken, diese Bilder, die ich jetzt hier einblende. Sorry, aber wie kann man diesen Mann noch in Schutz nehmen? Trotzdem, er hat eine ziemlich krasse Community, also es gibt einige Leute, die auf jeden Fall fest an ihn glauben. An den Token zu glauben, ist immer so ein bisschen schwierig. Dieser steht zum aktuellen Zeitpunkt immer noch mit 98,96% unter seinem All-Time-High. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent Rendite man bräuchte, um wieder auf Plus-Minus-Null zu kommen. Ich rechne das mal aus und blende das hier mal ein. Das werden auf jeden Fall der ein oder andere Prozent sein. Also, falls das Ding wieder zurück auf ein neues All-Time-High schießt, dann kann man fette Renditen mitnehmen. Aber, ja, es ist ein geiler Macker, der will auf jeden Fall ein geiles Produkt aufbauen. Der ist für die Community da. Dem geht es um den Gemeinschaftssinn. Dem geht es nicht darum, sich selber an diesen Projekten zu bereichern. Aber da hat jeder seine eigene Meinung und ich kann auch die Kritik akzeptieren, falls es Leute gibt, die diesen Token immer noch feiern. Wir sind natürlich auch hier beim Kryptomarkt. Das heißt, der Hextoken kann auch mal eben drei, vier, fünfhundert Prozent zulegen, wenn es positive Nachrichten gibt. Da möchte ich gar nichts gegen sagen. Doch, ob das jetzt wirklich ein Projekt ist, was Zukunft hat, bleibt ja so ein bisschen fraglich. An dieser Stelle benne ich allerdings das heutige Video, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und weitergeholfen. Wie gesagt, zum Bitcoin an sich gab es heute nicht wirklich viele Informationen. Ist momentan relativ ruhig im Kryptomarkt. Aber ihr wisst es natürlich, morgen gibt es ein neues, aktuelles Video und dann auch wieder aktuelle Informationen. Ich bedanke mich noch einmal für den Support und Unterstützung. Würde sagen, wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Bis dahin. Ciao, Freunde.